Wir müssen die Lehrer herausfordern. Aber wie? Wir klagen euch an. Wir klagen euch an. So geht es nicht weiter. Weiter ist doof. Was reimt sich auf weiter? Arbeiter, Gefreiter, Reiter. Na, such dir eins aus. Du bist gemein, dich einfach hier einzuschleichen. Ich hab mich nicht eingeschlichen. Ich hab mir nur erlaubt, dir ein paar frische Hemden zu bringen. Aber Moment mal, wie wär es denn mit, äh, Heiter? Das Wort Heiter passt nicht in ein Protestlied. Entschuldige, das ist wirklich ein unverzeihlicher Fehler. Äh, Leiter. Schon besser. Wir stellen die Leiter an eure, an eure, an eure Paläste? An eure Paläste, wir sind so große Gäste. So große Gäste, so böse Gäste. Wir sind so böse Gäste, so böse Gäste. Ja, toll. Mutti, du bist der geborene Protestler. Mach mal weiter. Wir kommen mit Brand. Wir kommen mit Feuer. Mit Feuer? Nein, auch nicht gleich mit Feuer. Junge, komm doch mit Mut oder mit, mit, mit Wut. Aber noch nicht mit Feuer, muss doch nicht gleich zum Brandstifter werden. Typisch Jahrhundertwelle. Wir kommen mit Feuer. Für euch wird es teuer, für euch wird es teuer. Wie teuer? Kannst du mir schon einen Preis nennen? Kapitalist. In Asche und Wut. Was, was, war das eben? Mach nochmal. In Asche und Schutt. Wir schlagen kaputt. Die Ordnung zusammen, die wir verdammen. Prima, ganz wunderbar. Weißt du, was mir jetzt noch fehlt? Mir fehlt so ein richtiger Schlussakzent. So ein Schrei der geknechteten Seele. Moment. Da hab ich schon was. Moment. Ja, weißt du, wie in der Fledermaus zum Beispiel. Da singen sie zum Schluss immer nochmal so ein... Duidu, duidu, tralala. Fledermaus. Aber hier, guck mal. Na ja, Fledermaus. Ich meine so in der Art. Wunderbar, großartig. Das hat Schwung. Das singen wir jetzt nochmal zusammen, ja? Dieses Lied ist kein Lied. Es ist kein Schrei aus tausend Kehlen. Protest, Protest, Protest macht uns fein. Der kann aus die Stühle nicht spielen. Fantastisch. Das hat richtig Schwung. Aber ich hab noch eine Frage. Gegen was protestierst du eigentlich? Ich protestiere dagegen... Na? Da, das... Das ist schon sehr viel.